Was ist ein Anton eigentlich? Ein Pinguin. Ein was? Ja, wirklich. Ich kenne ihn schon sehr lange. Ich habe eine Reportage gesehen über Pinguine. Wenn Sie Ihren Partner finden, verlassen Sie den nie wieder, egal was am scheiß Südpolsatz aus dem Lacht. Ich bin doch kein Pinguin. Nicht jeder passt in eine Schublade. Vielleicht bin ich eben einer der keine Schublade. Doch, jeder passt in eine Schublade. Du bist Pinguin. Okay, und was ist mit dir? Was ist eigentlich die Königin der Kategorien? Die Spielerin.